Moin, was klappt ihr Lübbel? Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rainbow Six Siege direkt auf den Ami-Server. Und ja, wie immer mit dabei, die liebe Selin. Hallo. Der Penis Lolli. Hallo. Und der Kackspass Kanto. Hallo. Ey, was für Kackspass. Ja. Diesmal haben wir endlich Villa bekommen, Selins Lieblings-Map. Deswegen checkt auf jeden Fall ihre Folge aus, sie wird jetzt ein Ace nach dem anderen machen. Der wird die Folge eh nicht hochladen. Achso, du machst wieder so'n Zusammenschnitt, oder? Mach wieder Zusammenschnitt. Ich hab gestern meine Aufnahmen zu beenden. Ey, geil, dann hab ich einfach eine Aufnahme und zwei. Nein. Hörst du jetzt wenigstens der Decayman, Lolli? Nein. Ach, Mensch. Hm? Ich mach das mit einem Live-Stream. Ich mein, könnte ich hier nicht hochladen, weil ich die ganze Musik höre. Nein, das ist ein Live-Stream. Aber warte ich hier nicht vor, von da ist es weg. Ich hab mal Puche im Moment. Ja, gut. Eigentlich wollte ich nie. Ja, gut, du in der Nähe. Rom auf, äh, Rom. Ro-ro-rom. Ich zieh die Rom. Hallo, meine Westel. Wann, wann, wann. Ich zieh die nach Antimator. Hä? Hä? Boah, ich glaub... Ey, Leute, der Spot hier ist fies, Alter. Von dem Ding. Also glaub ich zumindest, dass der echt fies ist. Glauben, dass ich wissen. Ne, aber guck dir den mal an. Der ist geil, Celine, ne? Ja. In der Tür. Loll. Und Obst legt sich da oben drauf. Hau. Tja, Leute, ich seh's hier. Boah, gerade, ne? Ich bin kein Knick, oder? Loll. Boah, boah. Dern, in disbar. Aschen. Wir sind. Hibana? Ash? Nicht. Hallo? Ups, kannst du mich heilen? Lull. Einer ist hier. Kletcher ab, live. Das war zu vier. Auch hier vorne. He's in already. Links. He's in there. Nice. Good job. Was soll das? Aus. Oh, schön gemacht. Gut. Oh. Was los? Oh, das ist natürlich mies. Oder nee, warte mal. Jetzt kann ich ihn schon wieder spielen und dann pick ich leid mich. Ey, ich brauche mir die Montage durch, Alter. Scheiß mal, Walter. So wie läuft. Das läuft. Ich kenne das, wenn ihr morgens aufhacht und ihr noch diese Kübelchen im Auge habt. Oh, oh, da ist jemand müde. Da ist noch jemand müde. Nein, nein. Nein, ich habe gesagt, die Gehrein muss ja auch gehen. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Also doch unabhängig. Oh, Alter. Die Hase ist auf jeden Fall oben. Today I am happy. Alles klar. Lol. Okay, Vigil ist oben. Einer ist hier hinten an den Stairs. Ja, an den Stairs. Er hat keine Hände. Gutchen, hallo. Hast du mein Leben? Hallo, Alter! Ben hat das Stück Code, ey. So dumm, ne? Wo? Nee, das war ich selbst. Achso, Lul. LUL! Wir verpackten es! Das ist gut. Danke! Blup. Blup! Tim 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 tim. Blup! Du können das! Obst! Warte denn... Hier war Fenster, nicht dieses Fenster. Okay. Klar, natürlich geht der so schnell da weg, was ein Kackspasch. Oh mein Gott, ich sehe ihn! Scheiße, ich hab ihn nicht. Na! Hä? Ja, weil Lodi hat da aufgemacht. Er rennt einfach hin. Ja, weil ja auch keine Colts kommen. Hä? Ja. Ja, Loli, da war er nicht schlau von dir, ne? Hättest du ja nicht aufgemacht, hab ich dich gekriegt vielleicht. Hätt ich nicht. Gut, ne, hab ich gesagt, dass du mich nicht wachst. Oh Mann. Mann, 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 Loli, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Ja. Genau, Mann, Mann. Ja, Mann. Aufheir sind nur die Ball storage Joy. ���an, Mann. latte. Frau claim, Mann, Mann. 10 Sekunden 5 Sekunden Op4 Drone has located the biohazard container 5 Sekunden 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 1 8 Ich glaube im Endor, was soll ich sein? Keine Ahnung. Jo. Aber treibt direkt. Nur weil Kanto nix zu killen kriegt. Schön gemacht. So dass der da ist. Oh man. Potato. Und das sind Potatoes alles. Oh man. Was war das? Find ein Biohazard Container Location. Nö. Unten haben die gewonnen. Nö. 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 Komisch, entweder hat der eine komische Ausfahrung, oder ich bin einfach nur taug, oder beides. Ich plädiere für beides. Das war nicht eigentlich, hui, oder? Roadplace. Yes, der hat natürlich nicht gesessen. Die sind drüben, ne? Schlafzimmer. Oder? Ja, genau. Scheiße, ich bin ja gar nicht dran. Ja, glaub schon. Ich such mal Kavera. Das gibt's nicht. Toll, die haben hier alles zugemacht. Ach, Alter. Ich dachte, ich hab ne Claymo. Oh nein. Holy shit. Kann man so angeln. Natürlich kommt der da um die Ecke. Oh nein. Ich wollte doch nur die Wand, Loi. Ich hab keine Bock mehr. Obst, was... Das! Was? Okay. Scheiße, krieg keinen Winkel rein. Hä, der Spaß hat doch da aufgehauen oder nicht? RIP Scheiße Wäre ich besser von der anderen Seite reingegangen, ne? Nimm mal auch mal auf den Spot, würde ich sagen. Okay. Okay. Ich sagge das für euch. Bälle. Ich sagge das für euch jetzt, wenn ihr euch mal auf denotologieBRIDE Hallo, danke. Oh, nein. Bist du ein Holzkopf, ey? Oh mein Gott, Kanto, Alter. Er, lass hier ein Regnen. Ja, Kanto hat zu wenig. Oh, shit. Vegan, sonst fliegst du. Ist das ein Idiot, Alter. Er ist bei mir hier. Alter, machen die ein Lärm. Auf die Drohne. Auf die Drohne. Yay. Boss, ich da oben flieze. Mhm. Hier war ich so nahe. Trophy. Ich hör den hier vorne. Boah, ich werd hier irgendwie von allen Seiten gebumst gerade. Viel Spaß, Kanto. Ich hör hier auf jeden Fall auf den Ping ein. Oh, Entschuldigung, das ist bei mir unsichtbar. Schieß da hin, wo die Waffe ist. Hier. Bist du in, Schett? Good job, good job. Was aussieht. Happy Warne? Oh, ja, okay. Letzte müsste raus gewesen sein am Window. Ja. Oh, mein Gott. Good job. Nice. SPV Clan. Ja, wollte ich aufschreiben. Tja. Das wird zu lange. N-N-N-P-Cats. Ja. Mann. Mann. Mein 3H. Vielleicht. Okay, cool. Warum freust du dich dann? Ja. Anti-Made. Danke. Bitte. Was? Oh Gott, Lolli krieg ich auf jeden Fall nicht mehr, Alter. Dich krieg ich nicht mehr. Wer sagt das? Na, ich müsste jetzt... ...n Ace machen. Also, nein. Du konntest am Anfang alle stehen bleiben und du machst das. Ja, aber du müsstest einen Team killen, damit du minus 100 Punkte kriegst. Nein. Äh, nein. Gott, Katrin, nein. Nicht mich. Ja, sorry, Katrin. Darf er da nicht Team killen, weil ich muss die Punkte herholen und Obst wird er niemals Team killen. Nee. Ja, also, Katrin. Kannst du nicht machen? Nein. Obst. Lass es. Lass es. Ganz bief. Die haben Mute. Und der Mute rafft nicht, wo mein Ding jetzt ist. Oh, Mira. Der hat Mira. Das heißt, dass ich nicht Twitch gepickt habe. Wie langst du mir das Mira, ja? Und der Mute. Das war mein Stress hier, weil er klopfen. Oh, kann er immer aufhören Ave Maria zu spielen, Alter? Ich hab den Hallway hier, ne, Obst hab den Hallway. Okay, letzter. Nein! Och man! Einer ist gedown und der andere ist. So, gerät. Oh. Melda! Oh, Schade! Let's go! Der kommt rechts! Das war klar, dass der rein rennt. Unter dem Fenster. Er ist links, er ist links, er ist links. Aber auf mir, bei Fenster. Pass auf. Ja. Smoke doch rein. Smoke die Mira Windows und dann push den Wichser. Hä? Nice try! Was? Alles klar. Du warst zu weit weg? Oh, ich hab so behindert auf den Dingens-Potato und alter auf den Mute. Und, weil ich noch damit beschäftigt war, der Jäger war gedowned. Und dann hat aber schon der Mute Lolli gekillt und, naja. Da war ich dann zu blöd. Bongafisch. Hahaha. You need to locate the biohazard container. Nicely done. The biohazard container has been located. Hey, this is so unnötig. I have to pull on and we have to play over time. Damn. Man. Sorry, the had he already done again. Let's go, baby. C4. Hey. You baby, man. Activate adrenaline search. LOL. No. I was reloading and she didn't even touch me. What the fuck? I think I saved her life. I don't know. Dude. I'm gonna kill her. Let's do it. I got this. Both of those kills that you got before, I downloaded them. Ich glaube, den Typen, den ich gerade in Headshot verpasst habe, der hat jetzt keinen Spaß mehr. Ich habe einfach in die Mitte von diesem, äh, von diesen Dingens gefolgt, von diesem Mira-Window. Boom, Headshot. Ich habe überlegt, wo Kanto gegen Mira gefeiert hat. Das behinderte Kanto hat mir den letzten Kill jetzt gerade geklaut, der Wichser. Hä, das Ding ist, Mira war ja eigentlich von mir geblendet, ne? Jetzt gerade die? Ja. Hä, der letzte war doch Widget, oder nicht? Ja, ich meine, der den, äh, Lolli gekillt hat. Achso, okay. Ich rede jetzt aber gerade vom letzten Kill, weil der ist nämlich aus dem Nebenraum reingepusht und ich hatte den schon angefragt. Ja, ich wäre... Du hast mir den geklaut. Ja, sorry. Ach, ist gut. Ich wollte es halt nur mal festhalten. Der war auf einmal vor mir. Ja, ist gut. Ich habe das eigentlich erst nicht realisiert, ich wollte erst vorbeilaufen. So, jetzt, ey, Leute, guckt euch das an. Obst kennt den Spot schon. Guck mal her. Ja, da oben drauf. Ja, mega, ne? Wow. Das ist schon lange. Ich könnte mich schon lange gehen. Ich weiß den Lungen. Hä, die haben ja richtig job gemacht oder was? Hä? Hä? Hast du das nie gecheckt? Dann verpisch ich mich mal nach oben. So. Was heißt, nie gecheckt? Weißt du, wie selten ich Maestro spiele, du Pisser? Du kommst mit jeden Operator da drauf. Alter, das... Ja, das... I can. Achso, ja, okay. Die ist gut, ne? Haben wir hier... Ne, okay, dann müssen wir noch schnell machen. Als ob ich nicht weiß, dass man da unten draufkommt, Alter. Oh, das ist voll. Haben sie dann. Black Renan. Ich weiß, er hat eine Body. Ich denke, es ist Sophia. Okay. Ich weiß, er hat eine Body. Ich weiß, er hat eine Body. Ich weiß, er hat eine Body again. Okay. Noch einer. There's three of them. Out of the other. Gehen die nach oben oder was war das? Das war das. Obst, kannst du keine, kannst du vier nach unten machen. Die kommen jetzt hier am Hallway? Ich kann gar nicht, ding, ich vollidiot. Du hast dir keine Arsch angezogen. No, I'm moving. You can do whatever you want. Von hinten. Von behind. Von behind. Warum ist das? Die Backs ist da rund mit denen. Die hier. Backs. Leatherwick. Scheiße, Alter. Gibt es jemanden? Ey, geh mal in die Cam hier, Kanto. In das Tourette. Welche? In das Tourette. Geh aus den Fenster raus. Ob es den Rumpiks. Bist drin? Warte. Ja. Okay, gut. Weil ich werde den jetzt versuchen anzufragen, den Blackbeard. Und dann rausgehen, dass du mir den pinkst oder so. Mhm. Marry Cole da. Ups. Good job. Juhu, Ash. Keine Drohne für dich. Schau, ne? Hä? Harald. Ups. Wo? Ja, beim Loch da. Ey, bei dir an der anderen Tür ist was. Geh ins andere Tourette. Tourette? Vor allen Dingen. Hehehe. Hehehe. Rechts, rechts, rechts. Hä? Loll, der ist herausgeglitscht! Hä? Häh? Häh? Hä? Wie können... Häh? 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 What the heck, Alter? Erst glitscht der Dingens raus, der Clash-Typ. Dann glitscht Lolli raus und ich stehe da so, gucke im Tourette, in den Tourette. Ich gucke so, warum ist der da draußen? Auf einmal kommt Lolli. Warum ist der da draußen? What the heck? Ja. Gut, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Checkt die Links in der Beschreibung. Dort geht's zu den drei anderen Perspektiven der anderen Lümmel. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.